Hallo mein Kanal fürere... ...würdig ist der Teufel-Kanal und wir haben ja noch eine Nacht! Ich weiß es gar nicht ob das die Fullworks ist oder nicht. Kann ich euch jetzt gar nicht mal sagen an der Stelle. Ich hoffe euch geht es allen gut... OOH. Ich bin wirklich gespannt, ob jetzt noch einer kommt. Aber im Moment kommt keiner, mal hier gucken, hier ist noch alles in Ordnung, wir gehen lieber mal nicht so oft im Monitor aufstehen. Schade das ist hier kein EEEEEEE... Na? B B B B Aber sonst ist keiner da. Keiner da in Kolonor. Wie geht's euch denn, Leute? Ich mag ja schon nen Evil Spielen ich hab das erst auch gemocht aber jetzt machen wir da doch zu holy mooby Oh ist ja alles ready passt doch alles passt doch alles oct Ahí tested Country Es geht auch nichts kaputt, warum nicht? Das letzte Mal geht doch viel schneller alles kaputt. Kein Plan. Und noch ging es den Sound Error. Kommt er schon? Nein. Hier ist noch alles in Ordnung. Er kommt schon wieder. Er kommt schon wieder. Ich will ein Audio hier hören. Es war nicht für einer. Hä? Es war nicht für einer. Was ist der Graue? Ich hab's gewusst. Ich will mich verarschen. Was ist der Graue? Was ist der Graue? Was ist der Graue? Video, ja. Ich weiß was. Wie war ein Lüftung? Green button. Was ist der Graue? Schuss. Audio Error. Immer diese Errors. Error, Error, Error. Voll den Stress hier an der Panik mach oder was? Video ist noch in Ordnung. Video ist noch in Ordnung. Video ist noch in Ordnung. Uhrzeit. 3,5,4. Lüftung. Close Ventilation. Jesus. Audio Error. Ich weiß jetzt nicht wie lang, wie lang ich die Lüftung machen soll. So lang. Er muss jetzt wieder weg sein. Oh mein Gelöscht. Wir haben ja ein Geräusch gehört. Da müsste alles okay sein. Jetzt kommt er schon weiter. Da und der Fuhrminister. Ich komm bald nicht auf diesen Punkt. Weil sich es immer wieder bewegt. Also das ist schon schwierig. Und jetzt hab ich damals schon Gas. Beim ersten. Aber wir haben noch alles im Griff. 1,6% Power. Gleich 5 Uhr. Mal ne Control Check machen. Ah, aber jetzt haben wir wenigstens noch den in der Lüftung. Uh. Crazy fool. Teemlich verrücktes Spiel. Stressig. Für nen alten Mann wie Rusty Man. Ist immer stressig. Baby. Ich bin. Jetzt kommt er. Pass auf. Kommt keiner rechts. Geben dich weg, ja. Was? Merda noch. Meister. Los nicht. Aber wir müssen jetzt gl... Wir müssen ja bis 8 Uhr, gell. Ja, scheiße. Ich war denn da. Bis 8 Uhr. Bis 7 Uhr. Bis 7 Uhr. oder? Kann ich gleich wieder öffnen? Ich hab gar nichts mitbekommen. Ich hab gar nichts mitbekommen. Ich hoffe es doch. Habt ihr was mitbekommen? Ich nicht. Ich nicht. Und so langsam geht meine Energie mir aus. Versteht ihr? Bin ja nur noch auf 34%. Bis 8 Uhr. Wenn ich sparsam umgehe. Wenn ich sparsam umgehe. Dann könnte es vielleicht klangen. Aber nur weil ich sparsam bin. Er kommt schon mal da. Gleich mal positionieren. Komm rechts. Beam dich weg. Mach hin. Was. 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 Holy moly. Die Audio-Ihrrohr, Audio-Ihrrohr, Audio-Ihrrohr. Strike! Ja, Freund, continue drei, es geht noch mal, dass ich die Fullmärchen oder what? Er ist in the wind. Er ist in the wind. Jetzt müsste eigentlich die Rosane noch kommen, ne? Und die Gelbe. Wer war denn der Person, der müßigt sich Pierce. Ah, das ist der aus Kamera 6. Ja, Freunde, das war auch Continue 3. Ja, Freunde, das war Wolfright 2. Mal schauen, ob ich noch ein paar dranhänge. Lasst euch am besten überraschen. Ich mein, wenn man schon nach drei Spielen kann, ich bin immer noch am Leben. Maybe, vielleicht spielen es ja. Lasst euch einfach mal überraschen. Und je nachdem, was rauskommt, spielen wir es und wie es gesehen wird, wie Interesse besteht. Coole Spielchen auf jeden Fall. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wird mich freuen, wenn ihr euch einschalten würdet auf den großen Kanal. Bitte bewerden wir das Video, schreibt es in die Kommentare, aktiviert die Glocke. Und falls ihr noch genug habt, dann put auf die Roastie-Head und drücken. Press den Head-Button zu. Subscribe. Ansonsten, bleiben Sie gesund in der heutigen Zeit. Genießt das Leben. Enjoy your life. Haben Spaß miteinander. Verhaut sich nicht. Und bis zum nächsten Mal. Ich sag tschöö mit ihr. Und für die Dinger uns. Euer Ruck-Sigaretten. Thank you. Bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.